Am 20. April dieses Jahres bat die katholische Kirche Portugals um Vergebung für Sexualverbrechen, begangen an Minderjährigen. Ein Unabhängiger Untersuchungsausschuss schätzte die Opferzahl seit 1950 auf fast 5.000. Unter ihnen ist auch Antonio, der von Priestern missbraucht wurde. Das war im Alter zwischen 10 und 12 Jahren. Die ehemalige Nonne Filippa wurde mit 17.000. Sie versuchte vergeblich, innerkirchlich Alarm zu schlagen. O Vaticano disse que o caso era para arquivar, porque já tinha prescrito e eu era a única vítima conhecida daquele padre. E por essa razão o padre continua no ativo. E eu entrei em depressão, inclusive até tentei suicidar-me.